Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin der Mats und ihr seht das Let's Explain zu Herders Sprachursprungstheorie. Ich werde dabei nicht auf jedes Detail eingehen, sondern die Theorie so erklären, dass man sie auch ohne Vorbildungen leicht verstehen kann. Zum besseren Verständnis verzichte ich dabei auch in diesem Video komplett auf Konjunktive. Johann Gottfried Herder, ein deutscher Schriftsteller und Philosoph, formulierte seine Theorie in seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache aus dem Jahr 1772. Grundsätzlich bezeichnet er die Entwicklung der Sprache als einen natürlichen menschlichen Vorgang, bei dem die ersten Begriffe durch Reflexion von Merkmalen entstanden. Er trennt in seiner Theorie strikt zwischen künstlicher, menschlicher Sprache und triebgestörter Sprache des Empfindens, wie sie in Natur schreien und bei Tieren vorkommt. Dies erklärt er anhand des sogenannten Sphärenmodells. Ein Tier, wie zum Beispiel eine Spinne, hat einen sehr begrenzten Lebensraum, Herder bezeichnet diesen als Sphäre, ist daher aber auch auf diesen spezialisiert, zum Beispiel beim Bau des Netzes. Dadurch kann eine Spinne rein instinkthaft und ohne Kommunikation überleben. Herder stellt die Vermutung auf, dass die individuelle Kunstfertigkeit sich verbessert, je kleiner der Lebensraum ist, sich die Fähigkeit zur Kommunikation dafür aber verschlechtert. Der Mensch ist also in seinen körperlichen Fähigkeiten begrenzt, weil er überall leben kann, also in einer sehr großen Sphäre und seine Sinne sich nicht spezialisiert haben. Man könnte sagen, der Mensch kann alles ein bisschen, aber nichts davon perfekt. Dadurch genießt er allerdings eine sehr viel größere Freiheit als das Tier, weil seine Vorstellungskräfte nicht auf eine Tätigkeit beschränkt bleiben. Dennoch muss er sich um zu überleben zuerst mit anderen zusammenschließen und seine Vernunft gebrauchen, da seine sinnlichen Fähigkeiten alleine dafür nicht ausreichen. Und eben dafür benötigt er die Sprache als Mittel der Kommunikation. Diese erlangt er so. Der Mensch verfügt, anders als die Tiere, nicht über eine instinkthafte, angeborene Form von Sprache. Er muss sich also eine künstliche Sprache von Grund auf neu entwickeln. Allerdings ist er von Geburt an mit Besonnenheit ausgestattet. Das heißt so viel wie Vernunftmäßigkeit. Mithilfe dieser Besonnenheit beginnt der Mensch, alles um ihn herum anhand seiner einzigartigen Merkmale voneinander zu unterscheiden. Ein Fluss wird im Kopf zum Beispiel durch das Geräusch von fließendem Wasser charakterisiert und ein Schaf über seinen Blöken. Diesen Vorgang bezeichnet Herder als Reflexion, also als Anerkennung der einzigartigen Merkmale als unterscheidende Kriterien. Wenn der Mensch in Zukunft ein weiteres Schaf Blöken hört, ist er ab jetzt also in der Lage dazu, es anhand seines Blökens als Schaf zu erkennen. Damit hat sich bereits eine Art Wort gebildet, auch wenn es nur ein Geräusch ist, das die Zunge nicht ausspricht. Bei Dingen, die keine Geräusche von sich geben, wie zum Beispiel Oberflächen, formte sich aus dem Gefühl mit der Zeit ein Laut, der dieses verkörperte. So wird das Wort hart auch hart ausgesprochen, während es beim Wort weich andersherum ist. Herder führt weiterhin aus, dass auch Blinde oder Taube zu solchen Unterscheidungen in der Lage sind, da es dazu nicht zwingend eines akustischen oder optischen Signals bedarf. Diese würden dann den Fluss zum Beispiel über das Gefühl einer Strömung definieren und das Schaf über das Gefühl seiner Wolle. Die ersten akustischen Begriffe entstehen über das Nachahmen von Geräuschen, also zum Beispiel eines Knurrens oder Heulens als Warnung vor Wölfen. Durch diese bessere Ausdrucksmöglichkeit verbessert sich dann allmählich der Verstand, was wiederum dazu führt, dass die Lautsprache genauer wird. In einem andauernden Entwicklungsprozess steigert sich also Verstand und Sprachfähigkeit gleichzeitig. Diese Entwicklung hält so lange an, dass sich daraus eine Sprache entwickelt, die immer weiter verbessert wird. Abschließend nimmt Herder Bezug auf Johann Peter Süßmilch, der einen göttlichen Ursprung der Sprache vermutet hatte. Herder führt aus, dass eine von Gott geschaffene Sprache perfekt sein müsse, da sie nach Gottes unendlicher Weisheit geformt wäre. Unsere Sprachen seien dafür aber viel zu fehlerbehaftet und könnten daher keinen direkten göttlichen Ursprung haben. Herder sieht die Sprache also abschließend als entstanden durch menschliche Reflexion und Nachahmung von Tönen der Natur, die sich immer und immer weiter entwickelt hat. Dies ist aber kein Zufall, sondern liegt in der Natur des Menschen und ist damit unvermeidbar. Ich hoffe mit meinem Video konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video bewertet und es mit den Leuten aus euren Deutschkursen teilt. Die Theorien von Kondoyak, Süßmilch und Rousseau habe ich in einem anderen Video kurz zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr hier eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Damit war es das soweit von mir. Ich bin der Mats, hoffe ihr schaut euch auch meine klassischen Videos an und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.